Fidelio von Ludwig van Beethoven Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen Don Pizarro, Codanö des Staatsgefängnisses Floristan, politischer Gefangener und Gegner von Don Pizarro Leonore, seine Frau Rocco, Kerkermeister Marzelline, Roccos Tochter Im Staatsgefängnis von Sevilla Der Kerkermeister Rocco lebt mit seiner Tochter Marzelline in der Dienstwohnung. Giorcino ist verliebt in Marzelline. Doch sie denkt unaufhörlich an Fidelio, den neuen Gehilfen ihres Vaters. Fidelio ist in Tat und Wahrheit Leonore, die Ehefrau von Floristan, welcher seit zwei Jahren als politischer Gefangener in diesem Gefängnis sitzt. Sie hat sich in Männerkleidung als Kerkerke Hilfe anstellen lassen, um ihren Mann zu befreien. Pizarro, der Gouverneur des Staatsgefängnis, ist ein politischer Feind Floristans und er hat ihn eigenmächtig im Hochsicherheitsbereich des Gefängnisses weggesperrt. Er ist in Panik geraten, weil der Minister eine Inspektion angekündigt hat und den illegal inhaftierten Floristan entdecken würde. Er hat beschlossen, dass Floristan sterben muss. Er beauftragt Rocco, den Gefangenen zu töten. Doch dieser weigert sich. Pizarro beauftragt Rocco, ein Grab auszuheben, er werde den Mord selber ausführen. Leonore hat das Gespräch mitgehört und muss sich nun beeilen. Sie lässt die Gefangenen im Hof einen Spaziergang machen, in der Hoffnung Floristan zu erblicken. Doch sie kann ihn nicht entdecken. Floristan sitzt unter miserablen Bedingungen im Kerker. Er träumt von Leonore, die ihn als Engel erlösen wird. Rocco nimmt Fidelio auf die Seite und erklärt ihr den Auftrag Pizarros. Sie treten zur Zelle Floristans. Als Rocco die Zelle aufschließt, erkennt Leonore ihren Mann und ist tief bewegt. Floristan erkennt sie nicht und ist dankbar für das Stück Brot, das Leonore ihm reicht. Leonore und Rocco schaufeln das Grab. Als es fertig ist, ruft Rocco Pizarro. Dieser erscheint mit einer Waffe in der Hand, um Floristan zu töten. Leonore wirft sich mit einer Pistole in der Hand dazwischen, um Pizarro zu töten. Da ertönt ein Trompetensignal, das die Ankunft des Ministers ankündigt. Pizarro hat verloren und flieht. Floristan erkennt Leonore und sie fallen sich in die Arme. Der Minister schenkt den politischen Gefangenen die Freiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017